Aus der Vergangenheit kommt ein Mann, der übermenschliche Kräfte hat. Sie haben uns immer noch nicht verraten, woher Sie kommen. Ich komme aus der Vergangenheit. Ein Krieger von unglaublicher Stärke. Ihr habt den Teufel in euch. Wir sind Blutsverwandte seit 20 Jahren. Connor McLeod war mein Blutsverwandter. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Weil du ein völlig neues Wesen bist. Fürchten dich deine Gegner und versuchen dich aus dem Weg zu holen. Ein Mann mit ungewisser Zukunft. Wenn Sie mich fragen, haben Sie es mit einem Typen zu tun, der seit mindestens 460 Jahren hier umschleicht. Das klingt einfach unglaublich. Verfolgt von seiner Vergangenheit. Warten Sie einen Moment, Nash. Ich will einige Antworten von Ihnen. Du kannst nicht sterben, McLeod. Ich bin Connor McLeod vom Clan der McLeod. Geboren wurde ich 1518 im Dorf Glen Finnen am Ufer des Loch Schiel. Und ich bin unsterblich. Ein Held, der bereit ist, sich seiner größten Herausforderung zu stellen. Du wirst immer der Schwächere von uns sein. Was können Sie mir zu einem 2 Meter großen Wahnsinnigen sagen, der 1985 in New York um ein Uhr früh mit einem Schwert herumfuhr werkt? Nicht viel. Er ist nicht allein. Und zuletzt kann nur einer überleben. Highlander. Es kann nur einen geben. Und hier sind wir, wir sind die Prinzen der Universität. Hier sind wir, wir sind für die Überleben. Wie geht's mit dem Kupfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017